Guten Tag meine Damen und Herren und willkommen auf Studio. Mit dem Update kamen ja wieder neue Maps hinzu, beziehungsweise Community Maps und die schauen wir uns jetzt mal an. Der City Spawn, man ist ja direkt im Studio selbst. Hier werden die Slate Pictures aufgezeichnet, beziehungsweise administriert. Wir gehen jetzt zuallererst mal Richtung B. Hier sieht man schon das Schild Stage B2. Wenn man hier direkt rechts läuft, ist man auch schon auf B drauf. Hier wird geplantet auf diesem blau markierten Bereich. Man kann sich als City direkt hier oben hingammeln und sonst auch nicht großartig weiterlaufen. On-Spot stehen diverse Kisten, hinter denen man sich verstecken kann. Die Tees können dann noch hier in diese Ecke, um die Bombe so ein bisschen zu defenden. Da hinten kann man aber nicht hin. Die Tees kommen dann von hier oben oder von dort. Ich zeige euch jetzt aber erstmal Richtung Mitte. Also wieder, naja, ich gehe hier lang, wo lange es eben bei Mitte geht. Man kann hier nämlich über diesen Abzweig, direkt vom City Spawn hier abzweigen und dann nach links. Und schon steht man auf der Mitte. Man könnte auf die Mitte aber auch, wenn man hier einfach den direkten Weg geht. Die Cities haben einen Weg und zwar den geradeaus hier durch. Passt ja optimal. Also es ist generell ganz, es ist einfach aufgebaut, die Map. Man kann über rechts auf B, über links auf A, geradeaus auf Mitte. Mehr Zugänge oder Ausgänge hat man hier nicht. Wenn man dann also auf die Mitte kommt von City, entweder von hier oder von hier, kann man eben direkt mit den Tees Kontakt aufnehmen. Ich nehme an, dass die dann mittlerweile hier drin stehen, in diesem Bereich dann noch gebaut wird. Ich halte mich aber noch kurz zurück. Und laufe Richtung A von Mitte. Hier oben können die Tees aber auch schon stehen. Also Vorsicht, ne. Wenn ihr von da oder von da drüben kommt, können die Tees hier und höchstwahrscheinlich hier stehen. Wir laufen also hier über A Short, würde ich sagen, direkt zu A hin. Hier kommen wir jetzt auf A an. Man kann aber auch als City natürlich den direkten Weg gehen, über A lang, würde ich das mal bezeichnen. Da ist der City Spawn, ne. Man kommt direkt links aus dem Studio raus, flupp und geht hier rein. Wenn man dann als City auf A ankommt, steht man hier oder eben da oben und schaut dann direkt auf den Spot. Man kann sich hier hinten dran überall verstecken. Man ist als City auch, denke ich, schneller da als die Tees. Die Tees können dann von hier kommen oder von hier. Ich denke, es ist selten oder eher selten, dass sie von hier oben kommen. Sie können es aber auch, denn wenn man von der Mitte kommt als City, kann man hier rechts gehen und sich dann hier fallen lassen. Aber da hier Kisten stehen, können sich die Tees hier auch einfach hochboosten. Zack. Und dann können sie auch von da oben kommen beziehungsweise sie gehen einfach hier durch und sind dann eben auch auf A. Als City, der auf Zack ist, schaut man also am besten direkt hier, hier und vielleicht auch da oben hin. Da kann sicherlich auch jemand stehen, direkt gegenüber vom Spot. Da wird man sich nämlich auch hochboosten können. Also davon gehe ich aus. Das ist natürlich auch ein ganz leckerer Platz, um die Bombe zu defenden beziehungsweise den Spot zu defenden. Wenn halt von hier, von dem City, Dong, Dong, der Molly kommt oder von einem Tee, Batsch, Bum, hat man geschissen. Die Hälfte der Map haben wir jetzt also. Rechts ist B, in der Mitte ist die Mitte und links ist A. Wir bleiben hier auf A und gehen jetzt über A zu den Tees. Man geht hier durch die Double Door durch, ist hier in diesem Bereich, der an sich nichts Neues beherbergt. Das haben wir ja schon gesehen. Und schon ist man eigentlich am zugestellten Teesborn. Also hier sind überall Dinge, an denen man so ein bisschen rumballern kann, falls es einen Grund geben soll, hier hinten hin zu rennen. Und hier drinnen in dieser Halle, in dieser Ben & Sam Halle, ist der Teesborn. Und zwar direkt hier. Die Teesborn hier bei dem Eichhorn oder Hase? Hase. Wahrscheinlich ein Hase. Und können dann halt über rechts zur A gehen. Oder über die... Hier hoch halt. Man kann da einfach drüber laufen. Das macht überhaupt nichts. Und dann hier über links zu B gelangen. Oder, wie bei den Cities eben auch, hier drüben am Mitte Bereich auf die Mitte laufen. Oder über rechts auf A gehen. Da sind wir eben hergekommen. Wir gehen jetzt vom Teesborn aus, zack, auf die Mitte. Und ich zeige euch mal, wo die Tees dann hier erscheinen werden. Wie ich vorhin gesagt habe, hier in diesem Raum, der gerade frisch gebaut wird, wenn die Tees dann wohl direkt erscheinen und mit Mitte den Kampf aufnehmen. Die Cities kommen dann von hier links, von dieser Tür oder von da. Oder eben von da oben. Man kann also direkt den Mitte Kampf eingehen oder auch über Mitte irgendwo hinrennen. Oder aber geschützt durch Gänge und so weiter hier in diesem Raum. Mit den geilen Waffen. Mit den Bällchen dran für das Tracking. Geil. Durch den Vent. Also der Raum hat sonst nichts mehr hier. Durch den Vent durch. So. Und dann, und jetzt kommt eine Stelle, die mich an Agency erinnert hat, steht man hier in diesem Gang. Irgendwie erinnert mich der Gang vor der Agency. Wenn man als T direkt links gelaufen ist vom Spot oder vom Spawn, dann kommt man natürlich also hier halt auf B. Also dann steht man hier. Hier bin ich eben rausgelaufen. Man kann sich also entscheiden, möchte ich oben oder unten lang. An sich geben sich die Wege nicht viel. Es sind beides Schläuche, mit denen man halt direkt auf B kommt, in denen die Cities nicht eindringen können. Du kommst als T von hier und vom Spawn her höchstwahrscheinlich eben auch vor den Cities hier an beziehungsweise bekämpft die Cities hier an dem Raum, in dem neu gebaut wird. Und ja, läufst du durch diesen Schlauch entweder hier unten lang oder da oben. Hier kann man übrigens durchschießen auf B. Und da waren wir ja schon. Wenn du den anderen Weg gegangen wärst, über links die Treppe, würdest du dann von hier oben kommen. Du könntest hier unten legen auf dem blauen markierten Bereich. Ja, also bis auf dieses Fensterchen sind das eigentlich schon halt zwei unterschiedliche Gänge, aber an sich, da sie halt keine weiteren Öffnungen zur Mitte haben, ist es halt ein Gang oben und unten. Also ich würde sagen, be long, oben oder unten, kommt man halt lang und geht dann auf den Plant. Ja, und das war auch schon die ganze Map. Viele Tricks und Kniffe habe ich jetzt noch nicht gesehen oder gefunden. Es gibt dann noch einen weiteren Boost. Ich habe euch ja vorhin zwei gezeigt. Und zwar gibt es hier am T-Spawn noch die Möglichkeit, das habe ich vorhin ganz kurz erwähnt, dass man, wenn man hier jetzt vom Spawn kommt, hier raus, ne, das ist schon die Sam- und Kartoffelsalathalle, dann kann man hier hochjumpen. Ja, also lässt sich hochboosten. Ich fliege einfach mal drauf und dann kann man direkt auf Mitte kontern, von hier oben. Die Cities kommen von da, da oder da und darauf muss man halt achten. Hier könnte man auch direkt den ersten City, wenn er da aus der Mitte rauskommt, hopsen nehmen mit einer AWP oder sowas. Ja, natürlich muss man vorhin lang aufpassen, dass man da nicht auf die Fresse bekommt. Ja, und das war die Map. Also sie sieht sehr cool aus. Mir gefällt der ganze Aufbau der Map. Gut, das Studio. Ich weiß nicht, ob wir sowas schon mal hatten. Ich glaube nicht. Hier oben kann man übrigens nicht durchschießen und auch nicht hoch, von daher eher uninteressant. Und ja, wie gesagt, eine schöne Map. Ich bin gespannt, wie es so wird. Ich glaube, sie ist im Moment nur auf Casual verfügbar. Mal gucken, ob die Map auch in Matchmaking erscheinen wird. Würde mich freuen natürlich. Neue Maps sind immer schön. Also viele von euch sagen ja oft, ah, schade, dass CSGO so wenig Maps hat, die man halt aktiv im Pool spielen kann. Es ist klar, dass nicht alle Maps drin bleiben können im Pool. Beziehungsweise, gut, warum ist das klar? Ja, weil halt die Wartezeiten, also es ist zumindest das Top-Argument, das ich hier ständig höre, die Wartezeiten würden dann so lange werden, weil es so viele Maps gibt und die Leute sich verteilen. Aber ich denke, es gibt nach wie vor und vor allem durch die Operation jetzt wieder auch genug Spieler, die das Spiel beleben und mit denen man dann eben auch spielen kann auf den unterschiedlichen Maps. Also von daher finde ich, das ist nicht so tragisch. Man kann die Maps ja immer noch rausnehmen, falls es überhand nehmen sollte. Dann passen wir uns einfach mal an. Ja, so sieht das bei mir nämlich auch aus. Vielen Dank, dass du dieses Video gewählt hast zum Anschauen des neuesten Updates. Ich werde heute einige Videos rauskloppen, weil ich halt diverse Sachen vorstellen möchte. Bei den letzten Updates habe ich immer nur eins gemacht und das zusammengefasst, aber die waren dann recht lang. Und ich glaube, kurze Dinger sind immer gut, oder? Kommst du immer mal ehrlich. Niemand möchte, keine Ahnung, 15 Minuten Video schauen. Da schalten die meisten ab und sagen, was 15 Minuten? Holly warf. Ach, übrigens. Halt, eine Sache noch. Ist es beim T-Spawn, ist es hier? Ja, beim T-Spawn. Guck mal hier. Epic Frames. Was ist das? Was wollen sie uns damit sagen? Liegen innen drin Scheißhaufen? Ja, wir sehen uns dann heute Abend im Livestream und eben auch speziell heute noch in weiteren Videos, weil ich halt, wie gesagt, ganz viel machen werde. Haut rein. Ich frage mich. Untertitelung des ZDF, 2020